Ist dann auch nicht so schlimm, habe ich zwar Ruhe beim Spielen, aber muss man damit leben. Blümchen sammeln wir uns später ein. Hier ist eine dunkle Höhle. Gut doch schon. Ein bisschen Licht hier rein. Okay. Ich hätte auch eine Spinne. Da! Och, der auch noch. Der auch noch, der grüne Kackstift hier. Ja, dich meine ich. Aha. Guck mal, wen wir da haben. Nein. Ja, ihr habt den. Oh. Der hat's überlebt. Ach, Manno. Was ist hier los? Ah, hab ich verlaufen. Gott. Ich muss mal kurz fliegen. Ja, nämlich. Na komm. Na komm. Ja, traust dich wohl nicht, wa? Regenerier doch Leben. Endlich. Mann, da haben wir eine schöne Höhle hier. Der Nachteil ist natürlich auch wieder, da haben wir dann auch schönen Monster. Wo sind die überhaupt hin? Da haben wir keine Dings mehr, hab ich jetzt. Wir brauchen unbedingt Essen. Haben wir Knochen? Ja. Wenn wir Knochen haben, haben wir auch Knochen mehr. Hallo, Apfelbaum. Da hängen schon ein paar dran, ne? Aber die sind noch grün, die müssen erstmal rot werden. Na, hier haben wir Knochen, Apfelbaum. Ich hole mir jetzt ein paar Seeds hier. Eigentlich hatte ich ja vorhin erstmal so'n schönen... Das war ICQ. Ich hab total vergessen, das auch beschäftigt zu stellen. So. Egal. Ich hab doch nur mein ICQ-Ton gehört. Ist doch auch mal was Schönes. Oh, ich glaub wir haben was zu essen. Eine Strawberry! Das hab ich hier etwa schwul angehalten. Und... Ja, das ist natürlich nicht zu sparen. Ich will natürlich... Ja, das schaut ja grad großartig aus. Ähm... Möglichst viele Seeds haben. Und... Das Apfelbaum, wenn es da steht, ich hätte ihn dann wieder wegnehmen sollen. Na... Na... Dumpen ja halt. Ja... 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 Und noch ne Erdbeere. Oh Gott, wir haben endlich mal Seeds. Und weiter geht's. Und weiter geht's. Wir haben nur noch zwei. Jetzt sollte ich auch wieder zu spüren. Ja... 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 Wir gucken, ob uns Ney sagt, was wir aus dem Erdbeeren machen können. Ähm... Zwei Erdbeeren machen, zwei Erdbeeren. Okay. Seeds. Wir können hier also anbauen, ist das schön. Okay, hier können wir uns ein Snowball, ein Glas, ein Smoothie machen. Sehr schön. Jetzt haben wir alles natürlich noch nicht. Fruchtsalat... Strawberry Salat... Strawberry Pine... Wir haben keine Bottle. Wir hätten eine Duft. Okay, dann würde ich sagen... Ach, wir haben nur einen. Dann machen wir es jetzt. So... Und... Ne... Machen wir es aus Stein natürlich nicht. Holz. Das wäre ja doof. Nein... Das wollte ich da gar nicht haben. Das wollte ich auch. So... Ach so, dann machen wir noch ein paar. Fuck it. So... Wir haben echt gar kein Eisen. Hm... So... Das ganze Zeug machen erstmal da rein. Gesammelt haben. Das... Das auch mal. Wir haben eh keinen Bogen. Holzkohle machen wir mal. Ah, das sinkt. Okay. Dann brauchen wir erstmal die Holzkohle. Wird schon wieder Nacht. Wir müssen uns echt das Eisen jetzt holen. Das geht nicht anders. Auch wenn wir hier verhungern. Schon was gespawnt. Nein. Sehr gut. Auch hier auch mal ein paar Pfadeln an die Wand. Damit da wenigstens schon mal nichts spawnt. Die Äppeln sind noch grün. Da unten ist wieder Kohle. Kommt kein Creeper. Ein Creeper wär ja zu doof. Achso, ich erwähne es gerne nochmal. Beschwerden über das Texture Bag. Bitte gerne an Paragorn. Ich verlinke mal seinen Kanal hier. Nein, er hat schon super gemacht. Ich weiß gar nicht ob ich das schon am Anfang erzählt habe. Aber das Soatex ist ja nicht optimal auf die Mods angepasst. Auch wenn es da steht. Es sind dann immer nur ein paar Items oder so hinzugefügt. Oder ein paar Blöcke. Aber eben doch nicht alles. Und deswegen macht der gute Paragorn die Texture Pack Anpassung. Für mich. Für sich selber. Er hat ja auch ein Let's Play. Sehr empfehlenswert. Schaut mal rein. Und natürlich auch für den Server auf dem wir zusammen spielen. Hier wird es mir ein bisschen dunkel. Da stehen auch schon die Zombies. Wieso finden wir so viel Kohle? Aber kein Eisen. Das ist fies. Bald ist Weihnachten. Ich wünsche mir Eisen zu Weihnachten. Oh man, oh man, oh man. Kohle, Kohle, Kohle. Und viel Kohle. Da oben sehe ich Eisen am Tag kommen wir nicht ran. Hier können wir... Ach nee, das ist nicht mehr Eisen. Das ist hier wieder so ein anderes von... ...Zaubcraft. Bestimmt. In dem Mod muss ich mich auch erstmal reinlesen. Was der so alles kann und macht und tut und... ...nicht tut und weiß ich. Der hat ja diese... ...Sache, dass jedes... ...Gegenstand seine eigenen Eigenschaften hat und so weiter. Ah, langsam laufen ist doof. So. Irgendwo hatten wir doch Eisen gefunden. Jetzt weiß ich auch nicht mehr wo. Aber diese Wee Flowers finde ich eigentlich schon schön. Wir werden langsam laufen jetzt. Wir werden hier irgendwo runterkrachen und dann... ...hängen wir da fest oder so. Muss ich ja theoretisch zurückbauen können, aber wenn's dann Nacht wird... ...haben wir die schöne A-Karte. Oh, du Schaf. Ach nee. Leck mich doch. Leck mich fett. Gute. Muss da jetzt ein Creeper rumhängen? Ey, nee. Auch hab ich keinen Bock. Der explodiert dann euch sonst nie tot. Ich glaub, ich muss die A-Beere doch gleich fressen. Sonst wollen sie essen. Tut mir leid. Ich kann jetzt auch nicht runterhüpfen. Sag mal, wo war denn das? Wir sind gleich wieder... Au. Zuhause. Das ist natürlich auch schön. Okay. Hündchen. Dann haben wir wenigstens was zu essen. Noch mehr Schafe. Ich glaub, die vermehren sich. Jetzt brauchen wir aber keine Wolle mehr. Jetzt kommen die unsere Schafe angesprochen. Ich hab hier den Schafsborn zur Hube eingestellt. So, wir haben vier Hühnchen. Das ist doch spannend. Dann können wir uns gleich in die Höhle vergnügen. Und dann... läuft das schon ein bisschen besser. Besser als hier unten zu suchen. Das ist nämlich... ...nöchens. Ne, wir haben schon eins. Gleich mal reinfliegen. Ich kann mal gucken, ob der Gott auch hier irgendwas... Oh ja. Chicken Parmesan. Ob der Tomate. Bakeware. Wahrscheinlich eine Auflaufform oder sowas. Oh, cheese. Na gut. Na gut. So. Essen. Ach, puh. Schon viel besser. Dann muss er noch eins brüchen. Da oben läuft ne Kuh. Ach, ist das eben schön. Ich glaub hier manchmal... ...fackeln in der Sonne. Das reinzubauen. Da ist der Zombie. Mal reden wir mal kurz. Weil, genau. Komm Spinny. Ach, nö, ne. Ach, nö, ne. Kommt da noch. Hier wollte ich mal Licht machen. Bevor hier was spawnt und auf den Kopf fällt. Geht die mich ruckzuck. Da fiel eine Spinne. Zombie. Hab ich auch gesehen. Der ist jetzt hinter uns. Ha! Nein! Jetzt geht noch mal mein Schwert kaputt. Na gut. Na gut. Machen wir was mal Neues. Soll ich mir vielleicht gleich mal lieber zwei machen? Ich hab mir schon ne schöne Höhle gegenüber und dann sowas. Echt? Schwert. Äh. Schwert. Ach doch. Stickies wollte ich raus sehen. Ha! So, Stickies. Drei Schwerterchens. Wart da mal hin rein. Tut's gut. Du wirst aber eigentlich bald wieder nacken werden. Dann ist ja die Sonne schon nicht mehr. Wir haben hier zwei Kühe oben da oben. Das ist schon gut, wenn die bleiben. Okay, erstmal hier lang. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein Wehrwollt ist. Ey, drei Zombies. Aber dann ist das zufall und jetzt ein Spawner. Sterb. Sterb, sterb, sterb. Wow. Der eine sieht richtig lieb aus, als ein Zombie. Der eine von Agro und andere von die. Das da ist ein Wehrwolf. Also jetzt gerade nicht, aber... Er wird zum Wehrwolf bei Nacht. Das liegt hier unten. Aha. Das ist mein Skelette. Das macht immer Licht. Ach. Ich hab so Angst. Da ist Abgrund. Nein, das ist viel Spaß beim cần. Untertitelung des ZDF, 2020